Hallo zusammen, heute startet wieder unsere traditionelle Weihnachtsspendenkampagne für die Legalisierung von Cannabis, für unsere Arbeit, die wir das ganze Jahr übermachen für nächstes Jahr, macht uns stark für die Legalisierung. Wir zählen wieder alle Spenden und neue Fördermitglieder, die sich anmelden vom 1.12. bis zum 15. Januar und zeigen euch das Ergebnis täglich aktualisiert im Spendenbarometer auf handverband.de. Da könnt ihr also mitfiebern, wie wir unserem Spendenziel näher kommen. Unglaubliche 179.403 Euro sind letztes Jahr zusammengekommen, wieder ein neuer Rekord. Beteiligt haben sich damals 4.857 Spender und neue Mitglieder. Ich hoffe, es werden diesmal auch wieder so viele und ihr könnt auch noch was gewinnen dabei. Alle neuen Fördermitglieder automatisch, aber auch Spender ab 10 Euro kommen in den Lostopf und es gibt insgesamt Preise für 5.000 Euro zu gewinnen. Schöne Sachen dabei, könnt ihr euch angucken auf handverband.de im Artikel zur Spendenkampagne und es wird auch noch ein Video geben, wo die Preise vorgestellt werden. Dieses Jahr haben wir mit den Spenden zwei große Ziele verfolgt. Das eine war die Durchführung unserer Konferenz Cannabis Normal. Viele von euch waren da. Das war ein großes Event und wir konnten unsere Eckpunkte besprechen, mit der Community aktualisieren. Wir sind mit sehr viel Fachwissen dadurch in die Anhörungen von Burkhard Plinert reingegangen. Und wie viel Rückhalt von der Community, das war allen klar, dass wir die einzigen waren, die mit dieser Konferenz mit den Betroffenen unsere Position rückgekoppelt haben. Das war also recht erfolgreich, wir sind da gut reingekommen. Und das andere Projekt war auch dieses Jahr schon die Beeinflussung der Landtagswahlen, weil natürlich der Bundesrat eine der wirklich großen Hürden im Weg der Legalisierung ist. Der Bundesrat kann die Show noch stoppen, weil die CDU an zu vielen Landesregierungen beteiligt ist, die sie neutralisieren kann im Bundesrat. Wir sind dieses Jahr gut vorwärts gekommen mit eurer Hilfe, haben wir zumindest unsere Beitragsdatur geleistet, natürlich nicht ganz alleine das so geregelt, aber immerhin, dass im Saarland und in Niedersachsen die CDU aus den Landesregierungen rausgeflogen ist. Jetzt fehlt nur noch ein einziges großes Bundesland und der Weg im Bundesrat ist frei. Das heißt, auch nächstes Jahr wollen wir uns wieder in die Landtagswahlen einmischen. Derselbe Plan sozusagen ist zumindest wahrscheinlich, den wir auch dieses Jahr hatten. Denn in Hessen ist im Herbst 2023 Landtagswahl, da ist die CDU jetzt noch in der Landesregierung drin. Und wenn wir es schaffen, dass die CDU in Hessen nicht mehr in der Landesregierung ist, dann verliert sie auch ihre Mehrheit im Bundesrat. Und Zauberei, der Weg durch den Bundesrat für die Legalisierung von Cannabis ist dann plötzlich frei. Das heißt, wahrscheinlich werden wir uns darauf konzentrieren, aber möglicherweise kommt es auch anders und möglicherweise gibt es auch noch andere Projekte. Ihr habt mitgekriegt, wie zum Beispiel Karl Lauterbach jede Woche plötzlich mit einem neuen Plan um die Ecke kommt und plötzlich die Arbeit an dem Gesetz liegen lässt und sagt, so jetzt frage ich erst mal bei der EU. Dann ist auch immer die EU das große Thema. Es könnte auch sein, dass eine EU-Bürgerinitiative noch kommt, um den Weg frei zu machen durch die EU. Und um diese Bürgerinitiative in Deutschland erfolgreich zu machen, brauchen wir möglicherweise auch viel Geld. Viele Unwägbarkeiten auf jeden Fall gibt es in diesem Jahr, wo man nicht so ganz genau weiß, was kommt. Es kann auch sein, dass die ganze Legalisierung an bestimmten Faktoren scheitert. Zum Beispiel eine Kombination aus Karl Lauterbach und EU-Kommission. Dann müssen wir auf jeden Fall auch einen Plan B in der Tasche haben. Wenn die Legalisierung also aus irgendwelchen Gründen scheitern sollte und wir können daran nichts ändern, wenn wir uns auf den Kopf stellen, wir sehen, okay, das wird nichts, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auf jeden Fall die Entkriminalisierung der Konsumenten noch kommt, inklusive Eigenanbau und dass wir das Führerschein-Problem geregelt kriegen. Nicht, dass am Ende die Zeit nicht mehr übrig ist, das noch zu schaffen. Denn ich glaube, dass da auf jeden Fall der Wille da ist bei den Ampelparteien. Und auch die Einsicht, dass sie das eigentlich gar nicht bringen können, ohne irgendein Ergebnis rauszugehen aus der Legislaturperiode. Auch da braucht es Druck, das dann zu tun und auch gleichzeitig im Prinzip über verschiedene Wege nachzudenken. Ja, da werden wir auf jeden Fall mithelfen, dass da dann die entsprechenden Pläne auch in der Schublade sind, falls der eine Weg verbaut ist, dass man den anderen geht. Das Ganze heißt, wir müssen anders als alle anderen Jahre vorher für nächstes Jahr flexibel bleiben. Wir müssen euch um noch mehr Vertrauen bitten, dass wir im richtigen Moment an der richtigen Stelle das Geld für die richtigen Maßnahmen ausgeben werden. Wir haben immer geliefert, was wir versprochen haben. Diesmal müsst ihr uns vertrauen, dass wir liefern, was nötig ist. So, jetzt seid ihr dran. Stellt euch nur vor, jeder zweite YouTube-Abonnent hier beim DHV-Kanal spendet 10 Euro. Dann haben wir schon eine Million Euro in der Kasse, um wirklich mit Vollpower nächstes Jahr dafür zu sorgen, dass Cannabis legalisiert wird und dass auf jeden Fall irgendwas durchgesetzt wird, irgendwas passiert nächstes Jahr. Macht uns stark für diesen Kampf. Das war's für heute.